So, willkommen zu meinem Vortrag Replacing Reality. What you see is what you get not. Anyone here not understanding German? Okay, dann halte ich den Vortrag auf Deutsch. Hätte ja sein können. Ganz kurz zu mir. Wer bin ich? Ich bin Dave. Ich arbeite seit 13 Jahren im IT-Security-Bereich, minder tätig und zurzeit als Hacker, beziehungsweise Politico-Correct als Pentester und Social Engineer am Arbeiten. Und ja, ich habe nochmal bei diesem Foliensatz in der Präsentation jemand, der das Ganze anmoderiert. Aber es gab jetzt gerade eine aktuelle Meldung. Ich weiß nicht, hat jemand gerade die Nachrichten geguckt? Unsere Kanzlerin ist zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. So, jetzt geht der Ton nicht. Kann ich nochmal einen Ton haben? Sehr geehrte Damen und Herren, mit großen Bedauern und verfortlicher Wirkung lege ich mein Amt als Bundeskanzlerin nieder. Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt nicht weiter fortführen. Und ich danke Ihnen herzlich für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben. Also das war gerade, habe ich noch schnell eingebaut, wer es noch nicht gelesen hat oder mitbekommen hat. Okay, bevor sich manche zu früh freuen, nein, sie ist nicht zurückgetreten. Soweit reicht dann meine Manipulationsmöglichkeit doch nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe nochmal einen recht Prominenten, der kurze einleitende Worte dann bringt. Und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Ja, also anscheinend bin ich auch ein Freund von Donald Trump. Gut, was erwartet euch heute? Ein paar Clips. Anfangen möchte ich mit dem Clip, was ist Realität? Danach das Thema, was ist ein Deepfake? Eine kleine Geschichte der Deepfakes, wo kommen sie her, wie sind sie entstanden? Danach gucken wir uns an, wie sie funktionieren. Ein kleines Making-of, wie sowas funktioniert. Wie es weitergeht, was erwartet uns in der Zukunft oder was könnte uns erwarten? Welche Auswirkungen hat das für uns generell und was können wir dagegen tun? Dann fangen wir an mit, was ist Realität? Man kann anfangen, bei Wikipedia zu lesen. Das hört sich dann hochwissenschaftlich an und sagt vieles, aber auch nichts. Bevor ich jetzt das Ganze vorlese oder alle das durchlesen, für unsere Zwecke, wir können es vereinfachen. Realität, was ist für uns Realität? Zum einen ist Realität, was sehen wir? Ja, das sind wir gewohnt. Und ihr seht mich, ich bin real, ich stehe hier und halte einen Vortrag. Wahrscheinlich real. Weitet sich aus auf, was wir im Fernsehen sehen. Nachrichten empfinden wir als real, weil wir es sehen. Manchmal zweifelt man dran, aber in der Regel denkt man, okay, was ich im Fernsehen sehe, was ich in Nachrichten sehe, ist real. Was ich im Internet sehe, ist real, wenn es aus gewissen Quellen kommt. Jetzt nicht überall sind die Sachen real oder wo man dann Zweifel hätte sicherlich. Aber bei gewissen Sachen glaubt man einfach dran oder sieht es als Realität erst mal an. Das Zweite ist, wir hören, was jemand sagt. Wenn ich jemanden sprechen höre, wenn ich jemanden kenne, wenn ich eine Stimme kenne, gehe ich von aus, das ist die Person. Es ist authentisch. Das heißt, wenn mich jemand anruft und ich eine Stimme höre, die ich wiedererkenne, gehe ich erst mal von aus, am anderen Ende des Telefons sitzt eine reelle Person, die ich kenne. Diese beiden Prinzipien vereinigen sich natürlich in Videos. Das heißt, ich sehe was, ich höre was. Im Falle von den zwei eingangs gezeigten Videos. Gut, sie sind ein Proof of Concept, das heißt, sie haben ein paar Ecken und Kanten, aber man könnte sagen, gegebenenfalls ist es reell. Soviel zum Thema Realität oder was ist Realität? Dann kommen wir dazu, was ist ein Deepfake? Deepfake ist im Prinzip eine mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erschaffene verfälschte Mediendatei, wie zum Beispiel Bilder oder Videos. Das Wort setzt sich zusammen aus Deep Learning, das heißt KI, Machine Learning, was auch immer und dem Wort Fake, also gefälscht. Und unter Wikipedia wird meistens aufgeführt nur Videos oder Bilder. Ist es aber eben auch möglich, Audio zu fälschen. Gucken wir uns eine kurze Geschichte an. Wo kommen Deepfakes her? Entstanden sind sie eben aus Neugier im Prinzip. Es waren teilweise Aufgaben, wo Leute gesagt haben, ja, wir wollen einfach mal sehen, was kann ich alles machen? Mit Deep Learning, mit Machine Learning. Es waren Studienprojekte. Es gibt viele Projekte darüber inzwischen. Viele sind auf GitHub veröffentlicht, also das heißt, sie sind auch frei verfügbar, Open Source. Und das ist der eigentliche Ursprung von Deepfakes. Aus reiner Neugier, um zu gucken, was kann ich eigentlich damit machen? Wenn man schaut, wie wurden früher Gesichter ersetzt in Videos? Man hat immer geglaubt, ja, um sowas zu machen, um Videos zu fälschen, ich muss nach Hollywood gehen, ich brauche ein Studio, ich brauche die Leute, die sich mit auskennen, ich brauche das Equipment. All diese Geschichten, um es kurz zu fassen, ich habe einen Haufen Geld gebraucht dafür. Das war wahr, bis 2017, als dann die ersten Tools quasi verfügbar waren, mit deren Hilfe Gesichter ausgetauscht werden konnten. Es gibt ein bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch alles Star Wars, was war es denn, Episode 7, müsste das sein, oder 8, kennt, gesehen hat. In dem Film tritt Prinzessin Leia auf. Das einzige Problem daran war, Carrie Fisher, die Schauspielerin, war schon tot. Aber sie sollte reingebracht werden in diesen Film und mitspielen. Das heißt, man hat viel Geld investiert, mehrere Millionen, um sie in diesen Film hineinzuschneiden. Dann hat sich jemand gedacht, ja, aber mit Deepfakes, mit dem Script, mit der Anwendung, die ich entwickelt habe, geht das auch? Als Proof of Concept hat er einfach mal Carrie Fisher das Gesicht aus Videomaterial in den Film reingeschnitten. Man kann das sehen, gleich im oberen sieht man das Original, den Originalfilm und im unteren, der ist mit einem Deepfake-Script erstellt worden. Das heißt, ja, man erkennt ein paar Unterschiede in der Szene, aber sie sind minimal. Das heißt, da wurde gezeigt, okay, man kann solche Technologie zum Beispiel einsetzen und man braucht keine teure Hollywood-Technik mehr, um solche Ersetzungen vorzunehmen. Jetzt mag man sagen, okay, das ist ja trivial, das gleiche Gesicht nochmal in den Film reinzubringen. So schwer kann das ja nicht sein. Dann habe ich gedacht, gut, es gibt hier das Thema Kino, wir machen ein kleines Trivia. Wusstet ihr, dass Nicolas Cage der Schauspieler mit den meisten Auftritten in Hollywood ist? Also bekannt ist er zum Beispiel in einem Film wie Face Off, wo er und John Travolta das Gesicht tauschen. Aber er hat auch viele Cameo-Auftritte, zum Beispiel in Superman. Kennt jemand den neuesten Superman-Film? Irgendjemand den gesehen? Okay, aber vielleicht entdeckt ihr gleich Nicolas Cage in dem Film. Also er hat Louis Lane gespielt. Es wurde ein bisschen retuschiert und bearbeitet nachher von Hollywood, deshalb sieht er nicht mehr aus wie Nicolas Cage, das wäre nämlich irgendwie komisch. Aber wenn man bei YouTube sucht, man findet viele Clips inzwischen, wahrscheinlich war Face Off der Grund dafür, wieso man ihn genommen hat. Aber man findet einfach viele Clips, bei denen Nicolas Cage einfach in bekannte Filme ziemlich gut hineinintegriert wurde und deepgefaked wurde. Schaut man einfach mal, welche Quellen es noch so gibt oder wann Deepfakes bekannt wurden. Besonders Anfang diesen Jahres, wenn man sich anschaut, wo es aufgetreten ist, hauptsächlich bei Deepfake Porn. Also das heißt, es hat ziemlich viel Aufsehen erregt und wurde hauptsächlich dafür erstmal genutzt, um eben irgendwelche Berühmtheiten, bekannten Schauspielerinnen, Sängerinnen, was auch immer, in irgendwelche Erwachsenenfilme hineinzubringen. Es wurde dann irgendwann gebannt, auf Reddit gab es genug Threads dazu, irgendwann ist das ziemlich verschwunden und jetzt liest man relativ wenig nur noch drüber. Das heißt, die Öffentlichkeit an sich kennt diese Geschichte gar nicht mal so sehr, es ist noch relativ unbekannt. Gut, das einfach zur Geschichte. Im nächsten Teil, wie funktionieren Deepfakes überhaupt? Ich will einfach mal kurz auf die Theorie eingehen dahinter. Wer hier kennt sich mit Machine Learning aus? Zumindest Grundlagen oder irgendwas. Also seid nicht enttäuscht, wenn ich jetzt einfach kalten Kaffee erzähle oder sowas. Ich habe es versucht, möglichst simpel zu halten. Das ist auch nicht von mir die Grafik. Alan Zucconi hat dafür ein sehr gutes Tutorial geschrieben oder eine Einleitung, um einfach zu zeigen, für Leute, die sich nicht groß damit beschäftigen, wie das Ganze funktioniert. Normal sieht ein neuronales Netzwerk ungefähr folgendermaßen aus. Ich habe einen Input-Layer, wo ich Eingaben in verschiedene Knoten tätige. Ich habe Hidden-Layer und ich habe ein Output-Layer, wo ich ein einzelnes Ergebnis heraushaben will. Um es sich etwas besser vorstellen zu können, gegebenenfalls kann man sich vorstellen, dass wir ein neuronales Netzwerk, um Wettervorhersagen zu treffen. Das heißt, in meinem Input-Layer hätte ich zum Beispiel solche Informationen wie, wie ist die Luftfeuchtigkeit, welches Wetter oder welche Temperatur habe ich gerade, welchen Luftdruck habe ich und, und, und. Also ich kann viele verschiedene Parameter nehmen und dann möchte ich natürlich wissen, mit diesen Parametern, was kommt morgen für ein Wetter raus. Damit dieses neuronale Netzwerk dann weiß oder Voraussagen treffen kann, muss ich es erst trainieren. Das heißt, ich brauche ein sogenanntes Trainingsdatenset, das ich diesem neuronalen Netzwerk gebe. Zum Beispiel die Wetteraufzeichnung seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung, wo ich dann diese definierten Eingabeparameter habe und auch schon den Ausgabewert kenne. Das heißt, daran wird ein Modell erstellt. In den Hidden-Lehren werden dann wie im Gehirn quasi Verknüpfungen erstellt, um zu einem Ziel zu kommen. Und mit diesem Modell kann ich dann, oder dieses neuronalen Netzwerk kann ich dann mit beliebigen Daten füttern und kriege dann eben ein Ergebnis raus aufgrund der Verknüpfung. Je weiter es trainiert und je mehr Daten es hat, desto besser wird eben dann das Ergebnis oder desto genauer kann das Ergebnis sein. Dieses Netzwerk bringt mir aber an sich für den Austausch von Gesichtern in Videos nichts. Dafür werden sogenannte Autoencoder genutzt. Autoencoder ist ein spezieller Typ von neuronalen Netzwerken, bei dem ich nicht ein, sondern mehrere Ausgabeknoten habe. Und wo mein Ziel ist, dass ich sage, die Eingabeknoten, beziehungsweise jeder Ausgabeknoten soll dem gleichen Eingabeknoten entsprechen. Das heißt, der erste Eingabeknoten soll den gleichen Ausgabewert haben als Ausgabeknoten und so weiter und so fort. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn ich die Anzahl der Knoten in den Hidden-Lehren genau gleich lasse, kann das passieren. Das neuronale Netzwerk lernt, ich gebe einfach die Informationen aus dem Input-Layer 1 zu 1 in den Output-Layer durch und es findet kein Learning statt im Endeffekt. Um das zu verhindern, reduziert man einfach die Anzahl der Knoten in den Hidden-Layers. Das heißt, ich erstelle im Prinzip eine komprimierte Version der Daten. Ich habe einen Encoder, der sozusagen die Eingabeknoten komprimiert auf eine kleinere Anzahl von Knoten und einen Decoder, der aus dieser kleinen Anzahl von Knoten wieder die ursprünglichen Informationen herstellen kann. Wenn man sich das für ein Bild anguckt, sieht es folgendermaßen aus. Ich habe mein Originalbild, ich habe einen Encoder, der eben die Bildinformationen komprimiert, dass ich ein latentes Gesicht habe. So heißt das ganze Ding da in der Mitte. Das heißt, ich kann noch erkennen, ja, es ist ein Gesicht, was lächelt in dem Fall, aber ich habe keine anderen Merkmale mehr wie Haare, Gesichtsfarbe oder sonstige Geschichten. Also ich habe einfach die Anzahl der Informationen oder der Knoten komprimiert und der Decoder-Teil, der kann einfach aus diesem latenten Gesicht, aus dieser komprimierten Informationsmenge wieder das Gesicht herstellen im Endeffekt. Wie kann ich also Bilder oder Gesichter jetzt austauschen? Ganz einfach, ich nehme zwei Autoencoder. Der eine Encoder lernt mit dem einen Trainingsset, der zweite lernt mit dem zweiten Trainingsset und erstmal lernt er aus dem Originalgesicht ein latentes Gesicht herzustellen und das gleiche Gesicht wieder herzustellen. Um jetzt Gesichter auszutauschen, ist das ganz einfach. Man geht her und sagt, man dreht einfach die Decoder um. Das heißt, die Encoder komprimieren immer noch den gleichen Datensatz, aber ich nehme einen anderen Decoder. In dem Fall, wir haben eine lächelnde Frau als Gesicht 1 oder Gesicht A und einen traurigen Mann als Gesicht B. Im latenten Gesicht kann man erkennen, das latente Gesicht A lächelt noch, das sind die komprimierten Informationen von dem Bild der Frau. Und das latente Gesicht B ist traurig, das vom Mann. Dadurch, dass ich die Decoder jetzt umtausche, erhalte ich eben ein trauriges Gesicht einer Frau und ein lächelndes Gesicht eines Mannes. So funktionieren, ganz abstrakt gesagt, Video-Deepfakes. Das heißt ja, aber das ist ja ein Video und kein Bild. Ja, ein Video besteht halt aus ganz vielen Einzelbildern, sprich ich kann die einfach splitten in ganz viele Einzelbilder. Ja, ich könnte das auch manuell machen, um dann Änderungen daran vorzunehmen. Nur bei einer Länge von 60 Sekunden habe ich schon sehr viele Bilder, die ich bearbeiten müsste. Das möchte, glaube ich, keiner mehr händisch machen. Gut, wie funktionieren Audio-Deepfakes? Für Audio-Deepfakes gibt es verschiedene wissenschaftliche Paper für Text-to-Speech-Systeme und wie man Sprache oder Sprecher für diese Systeme synthetisieren kann. Text-to-Speech kennen vielleicht noch manche aus Windows 98 oder so, da war das dann mal ganz modern, Text einzugeben, der dann gesagt wurde. Ist zwischenzeitlich verschwunden, aber inzwischen ist es wieder ganz aktuell. Google hat unter anderem Tacotron V1 und 2 veröffentlicht, wird für Google Maps genutzt, für Google Home. Also alles, was man bei Google hört, ist synthetisierte Sprache mit einem Text-to-Speech-System oder einer Engine. Von Baidu gibt es Deep Voice, gibt noch viele verschiedene andere. Nur, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, weil das ist ein Auszug aus einem der Paper. Das ist noch etwas komplexer als ein Auto-Encoding-neuronales Netzwerk. Wer es genauer wissen möchte, kann gerne Bescheid sagen, kann ich dann gerne noch mehr Informationen zugeben. Aber ganz grob gesagt, was sind die Grundlagen dafür oder die Voraussetzungen, um einen Sprecher zu synthetisieren? Ich brauche fünf bis sechs Stunden Audiomaterial eines Sprechers, den ich synthetisieren will. Mehr ist immer besser. Und ich brauche ein Transkript des Audiomaterials. Das heißt, ich muss für jede Datei, am besten splittet man das in ein bis zwei Minuten Dateien, muss ich eine Textdatei haben, in der dann steht, was in dieser Audiodatei gesagt wird, damit eben das Learning stattfinden kann. Das einfach mal im Hinterkopf behalten, weil dazu komme ich jetzt dann noch beim Making of a Deepfake. Gut. Gucken wir uns einfach mal an, wie so ein Deepfake entsteht dann. Was brauche ich dafür? Ich habe dafür gebraucht eine Webcam, ein Greenscreen und eine Nvidia-Grafikkarte. Nvidia-Grafikkarte ist erforderlich, geht leider keine andere, weil ich brauche Cuda, um entsprechend damit TensorFlow zu nutzen. Guckt man sich die Kosten an, ihr erinnert euch vorhin, Hollywood richtig viel Geld. Hier Webcam 80 Euro, Greenscreen hat 90 gekostet. Die Grafikkarte war etwas teurer, weil entsprechende Grafikkarten auch für Cryptocurrency-Mining genutzt werden und hohe Nachfrage, hoher Preis. Aber geht auch noch im Vergleich zu mehreren Millionen. Krawatte, Perücke, PIN, 30 Euro ungefähr. Präsident der USA zu sein, ist unbezahlbar. Oder man kann Trump fragen, also einen Preis wird es schon haben. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie sieht das Ganze Seite-by-Side aus. Links war das Video, was ich gedreht habe und rechts war dann das Ergebnis, was ihr am Anfang sehen konntet. Also ich habe auch nicht unbedingt eine Ähnlichkeit mit Trump normalerweise. Jetzt erst recht nicht mehr mit Bart, aber so ist das Ganze entstanden. Also einfach mal, um einen Vergleich zu haben, es gibt auch genug, wenn ihr schon mal geguckt habt, mit Obama gibt es einige Videos, wo es gezeigt wird, dass es jetzt eben auch nur ein Proof of Concept, der nicht optimiert ist. Man kriegt es auch definitiv noch besser hin, dass es wesentlich schwerer zu erkennen ist, das Ganze. Gut, gucken wir uns an, was wir für einen Audio-Deepfake brauchen. Ich habe gesagt vorhin ja kurz, ich erstelle ein Modell für mein neuronales Netzwerk anhand von Sprachdaten und ich brauche fünf Stunden plus ein Transkript des Textes. Das heißt, fünf Stunden Trump anhören, mindestens. Also, sorry. Ich mache ja viel für meine Arbeit, für meine Firma und für die Wissenschaft, aber irgendwo gibt es Grenzen, die man einfach nicht überschreitet. Zum Glück kam mir GitHub zu Hilfe. Auf GitHub gibt es jemanden, Qubyong, der mehrere von diesen Text-to-Speech-Systemen umgesetzt hat, teilweise umgesetzt hat. Und er wurde auch oft gefragt, ja, wie viel Material, wie viel Audio-Material eines Sprechers brauche ich denn jetzt wirklich, um ein neues Modell einer Sprache zu erstellen? Und er hat gesagt, ist es möglich, mit Hilfe von einer Minute Audio-Material eines Sprechers eine Stimme neu zu synthetisieren im Prinzip, wenn ich ein vorhandenes Modell nehme? Sprich, es gibt Demo-Datensätze, vor allem zum Beispiel das sogenannte LJ-Speech-Set. Das ist ein ganz bekanntes, öffentlich verfügbares Trainings-Set für Stimmen. Das sind 24 Stunden englischsprachiges Material mit entsprechendem Transkript dazu, was öffentlich verfügbar ist. Damit kann normal trainiert werden. Da gibt es auch für die verschiedensten Implementationen von Text-to-Speech-Engines gibt es dann ein entsprechendes Set und ein Modell. Und ich bin einfach hergegangen, habe eine Minute von Audio-Material von Trump genommen, habe für tausend Schritte einfach dann das neuronale Netzwerk trainiert und konnte damit dann Trump synthetisieren. Für Merkel habe ich von den Münchner AI-Labs, die stellen rund 80 Gigabyte an Sprachdaten zur Verfügung in zwölf verschiedenen Sprachen, unter anderem Merkel. Damit kann man natürlich dann noch bessere Ergebnisse mit weniger Artefakten in den Stimmen erzielen. Mit Tacotron zum Beispiel ist es noch besser möglich, entsprechende Audio-Dateien zu erstellen. Nur da habe ich es bisher noch nicht hingekriegt, entsprechend mit weniger Audio-Material eine Stimme komplett zu synthetisieren. Gut, die Frage ist, wie geht es weiter? Was erwartet uns dann auch in der Zukunft? Die Deepfakes werden immer besser werden, die Technologie dazu wird immer besser und es wird immer schwerer, die zu erkennen. Ich habe hier einfach mal ein paar Sprachbeispiele von Googles Tacotron-Team mitgebracht. Die veröffentlichen das im Blog, wo man einfach mal hören kann, der gleiche Satz gesagt von verschiedenen Stimmmodellen. Thinking that he should probably wait for Filch to come back, Harry sank into a moth-eaten chair next to the desk. Thinking that he should probably wait for Filch... Ja, danke. Normal sollte irgendwo ein Pausenwarte sein. Thinking that he should probably wait for Filch to come back, Harry sank into a moth-eaten chair next to the desk. There was only one thing on it apart from his house. Gut, und so weiter und so fort. Ich spiele die anderen beiden jetzt nicht ab. Aber man hört, das war der gleiche Text von vermeintlich zwei verschiedenen Sprechern, die aber beide einfach nur synthetisiert worden sind. Mit entsprechenden Pausen, die nicht komplett in der gleichen Zeit gesprochen haben und so weiter und so fort. Also das ist, was es schon gibt, was zum Beispiel von Google eingesetzt wird. Die öffentlich verfügbaren Implementationen von Tacotron, die auf den Papers von Google basieren, die sind eben leider noch nicht so weit oder zum Glück noch nicht so weit, je nachdem, wie man es sieht. Aber das ist einfach, dass man mal eine Aussicht hat, wo wird es überhaupt hingehen oder was erwartet uns da in Kürze. Natürlich wird diese Technologie sowohl zum Guten als auch zum Schlechten genutzt werden können. Muss man sagen. Wenn wir uns konkret anschauen, welche Auswirkungen kann das für uns haben, für die Gesellschaft und besonders im Hinblick auf Angriffsszenarien auf uns, eben über soziale Medien, über das Internet und so weiter und so fort, muss man sagen, es sind keine komplett neuen Dinge. Es macht einfach vorhandene Angriffsszenarien viel schwerer zu erkennen und erweitert diese einfach um eine Komplexitätsstufe. und wenn man überlegt, ja, die Übernahme von Identitäten. Es wird viel leichter werden, wenn ich einfach entsprechend von Personen Videomaterial habe, wenn ich jemanden anrufe und eben mit einer Person am Telefon für eine Minute spreche, für zwei Minuten spreche, das aufnehme, kann es mir möglich sein, einfach daraus ein Text-to-Speech-Modell zu entwickeln und dann diese Person vermeintlich sagen zu lassen, wozu ich Lust habe und was ich gerade eingebe. Ein Punkt davon ist sogenannter C-Level-Fraud, also viele kennen wahrscheinlich oder haben davon gehört, wo dann vermeintlich ein Geschäftsführer oder ein Finanzvorstand gesagt hat, bitte überweist doch mal so und so viel, weil wir irgendeine Firma akquirieren wollen. Hat sich inzwischen rumgesprochen. Manche Unternehmen sind da etwas wachsamer jetzt, bei manchen wird es immer noch per Mail funktionieren, aber wenn man sich vorstellt, irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wird angerufen, an der anderen Seite hört man die Stimme des vermeintlichen Geschäftsführers, der sagt, ich bin gerade im Ausland, die Verbindung ist nicht ganz so gut, aber überweist doch mal bitte so und so viel und einen passenden Pretext, also eine Geschichte, eine Legitimation erstellt, wieso es jetzt einen Moment dauert mit dem Versatz, bis das Audio erstellt worden ist. Dann kann man damit noch wesentlich realistische angreifen. Wenn ich sage, es dauert einen kleinen Moment, bis ich eine Datei oder einen Text, den ich geschrieben habe, zu einem Audio-File umwandeln kann, dauert ungefähr zwei bis drei Sekunden normalerweise. Das heißt, ich kann während des Telefonats Text eingeben, den ich mir dann synthetisieren lasse oder vorlesen lasse und sage einfach, okay, ich bin gerade in einer Gegend, wo die Verbindung nicht so schlecht ist, deshalb dauert das vielleicht einen Moment, bis ich reagiere. Weiterhin Erpressung. Erpressung von einzelnen Personen zum einen. Heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich kann ein Video erstellen von einer Person und sagen, ja, ich bringe eine Person in ein Video, die zeigt, wie diese Person zu einer anderen Frau oder Mann geht, je nachdem und sagt, ja, du warst noch neulich auf Geschäftsreise und hast da deinen Liebhaber, Liebehaberin besucht. Wenn du nicht willst, dass dein Partner das Video sieht, dann mache XY, bezahle uns so und so viel Geld oder stecke einen USB-Stick bei dir in der Firma ein oder bringe uns Daten oder sonst irgendwas. Wir hatten uns vorhin noch kurz drüber unterhalten. Bei Kriminalämtern gibt es zum Beispiel jetzt diese Online-Plattform, wo man Videobeweise hochladen kann und dann entsprechend erst mal eine Ermittlung angestoßen werden muss. Das heißt, wenn ich da ein entsprechendes Video hochlade, muss dann erst mal ermittelt werden. Wenn ich da eine Person habe, die ich nicht leiden kann, schneide ich die vielleicht in ein Video, die eine Straftat zeigt mit dieser Person und dann komme ich aber erst mal in Erklärungsnot, weil dann muss ich den Beweis erbringen, dass ich das nicht gemacht habe oder die Person muss den Beweis erbringen, dass sie das nicht gemacht hat. Das sind Beispiele einfach dafür, was man machen kann oder was passieren kann. Es können auch komplette Unternehmen erpresst werden. Zum Beispiel wie vorhin die Kanzlerin, die gegebenenfalls zurücktreten würde, wenn ich einem Unternehmen oder einer Organisation ein Video schicke und sage, wenn ihr nicht wollt, dass ein Video, in dem euer Geschäftsführer erklärt, dass ihr bankrott gegangen seid, an Presseagenturen geschickt wird in einer Stunde, bezahlt mir Betrag XY oder Bitcoins oder was auch immer. Wer sagt, naja, wer weiß, manche haben vielleicht von Elon Musk gehört und seinem April-Scherz, der gesagt hat, Tesla ist bankrott und darauf ist die Aktie noch weitergefallen, obwohl es nur ein April-Scherz war, aber der Schaden ist erst mal angerichtet. Also das heißt, das sind nicht irgendwelche Angriffsszenarien oder Möglichkeiten, wo man sagt, ja, das ist ja ein Hahn herbeigezogen und selbst nachher stellt sich das raus. Aber in der Zeit, bis sich das herausgestellt hat oder bis man bewiesen hat, das war aber gar nicht von uns oder das war nicht Person XY, wird erst mal ein ziemlicher Schaden angerichtet sein und den kann man so schnell nicht mehr rückgängig machen. Und die Umgehung von biometrischer Authentisierung. Es wird ja oft jetzt inzwischen schon eingesetzt mit Webcams, mit sonstigen Geschichten, wo man dann vielleicht noch seinen Führerschein hochhält oder seinen Personalausweis oder was auch immer. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht die gemacht sind, kann ich das eben dann auch fälschen. Und kann das umgehen. Gut, ja, stellt sich die Frage, was ist zu tun? Was kann man da machen oder nicht machen? Nun gut, ich habe zuerst mal gedacht, frage ich einfach mal rum. Ich habe meinen guten Buddy Trump gefragt. Hast du irgendeine Idee, was man machen könnte? Er sagte, ja, das, was er oft sagt. Keine Ahnung. Da habe ich gedacht, okay, gehe ich vielleicht eher in die wissenschaftliche Richtung, fragen einen Professor, ob der mir was raten kann. Der sagte, ja, gute Nachrichten, wir sind alle verdammt. Da habe ich gedacht, verdammt, muss ich doch selber nachdenken. Falsche Richtung. Aus meiner Sicht ist der beste Schutz zur Zeit, einfach sich dessen bewusst zu sein oder zu wissen, dass es Deepfakes gibt und was ich damit alles anstellen kann. Das ist nicht nur das Reinschneiden von irgendwelchen Stars in irgendwelche Pornos oder sonstige Spielereien, sondern ich kann auch wirklich oder könnte wirklich Schaden anrichten damit. Und natürlich das Gehirn zu nutzen, was vielleicht dem einen oder anderen, nicht der hier Anwesenden, aber in der allgemeinen Bevölkerung vielleicht schwerfällt. Nur, ich muss einfach in Zukunft noch genauer darauf achten, noch skeptischer sein, wenn ich eben entsprechende Informationen sehe, Videos sehe, Nachrichten gegebenenfalls sehe. Weil wenn ich zum Beispiel das Video von Merkel an irgendwelche Nachrichtenportale schicken würde, würden manche das vielleicht auch ungesehen erst mal übernehmen. Es würde sich verbreiten. Die Nachrichtenagenturen heutzutage recherchieren ja auch nicht mehr alles, sondern übernehmen ja ungefragt teilweise. Sie möchten ja nicht verpassen, irgendwelche Nachrichten zu bringen. Also kann das ganz schnell sein, dass solche Nachrichten sich eben verbreiten. Und da ist es halt wichtig, wenn ich was sehe, vor allem Videos oder was höre inzwischen, dass ich wirklich überlege, kann das so sein oder ist es vielleicht doch nicht ganz so. Es wird weiterhin natürlich auch an Programmen gearbeitet für die Erkennung von Deepfakes. Die Münchner AI Labs sind da eben auch mit ausschlaggebend und leisten da große Arbeit. Aber aus meiner Sicht wird es nach wie vor oder werden wir ein zweites Katz-und-Maus-Spiel haben, wie bei Malware und Anti-Malware. Wir werden Möglichkeiten haben, Deepfakes zu erstellen. Wir werden an Programmen arbeiten, die Deepfakes erkennen. Es wird die Erstellung der Deepfakes einfach optimiert oder so weit angepasst, dass diese vorhandenen Detektionsmechanismen nicht mehr funktionieren. Dann werden die Detektionsmechanismen wieder überarbeitet und so weiter und so fort. Aber man wird immer darauf reagieren müssen. Und ja, wie gesagt, da haben wir einfach ein weiteres Sicherheitsrisiko einfach auch aus meiner Sicht, was uns alle betrifft. Gut, ja, dann bin ich schon bei Fragen angelangt. Hat jemand Fragen? Haben wir hier irgendwie? Ist das an? Jetzt, ja? Ich laufe einfach mal da hoch. Dankeschön. Ich hätte, glaube ich, mehrere Fragen. Die erste Frage wäre, ich glaube, es ist ein paar Leuten aufgefallen, dass man das potenziell auch irgendwie auf AWS oder Google oder wie auch immer diese ganzen Cloud-Provider heißen. Die haben ja mittlerweile auch irgendwie ihre komischen Tensor-Units. Siehst du da, dass das dann potenziell da irgendwann die sagen so, nee, das machen wir nicht bei uns? Das wird jetzt hier reguliert? Erstmal nicht. Also es kann schon passieren, dass irgendwann was kommt. Aber Google bietet zum Beispiel auch als Pay-Service quasi an Speech-to-Text. Das heißt, wenn ich wirklich Audiomaterial von einem Sprecher habe und keine Lust habe, fünf oder sechs Stunden Trump mir anzuhören und abzutippen, kann ich da mir quasi ein Transkript erstellen lassen erst mal, um das dann zu nutzen. Also solange mit solchen Dingen Geld gemacht werden kann, glaube ich nicht, dass das irgendwie zumindest aus der Wirtschaft nicht reguliert wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder siehst du, also die andere Frage wäre, wir haben ja jetzt leider irgendwie diesen komischen Was-und-er-Quatsch und siehst du eine Richtung, wo Menschen auf die extrem dämliche Idee kommen, dass irgendwie als, und es tut mir selber leid, jetzt dieses Wort benutzen zu müssen, aber Cyberwaffe benutzen zu würden? Weil das ist ja, man könnte argumentieren, dass die Technologie so ähnlich ist wie Biowaffen. Ja, natürlich. Also ich sehe schon, also man kann sich auch vorstellen, vielleicht wird es irgendwann in nächster Zukunft im Dark Web angeboten als Service, Erpressungsvideos zu erstellen oder sonst irgendwas. Also ich sehe es schon als hohes Sicherheitsrisiko an. Definitiv. Und das ist halt eins, was wir mit reiner Technik nicht lösen können werden. Sonst noch Fragen? Für Audio-Dateien hatten wir das jetzt gehört, aber für die Video-Deepfakes, wie groß müssen denn da die Trainingsdaten sein und wie sehen die aus? Ich habe normalerweise, also jetzt um das Video zu erstellen von Trump, hatte ich 10 Minuten oder 5 Minuten oder sowas genommen. Also normalerweise reichen 2.000 bis 3.000 Bilder, am besten mit verschiedenen Mimiken oder Winkeln auch. Und ich sage mal, von Einzelpersonen ist es teilweise die Frage, ob ich das jetzt von jeder expertliebigen Person hier im Raum zum Beispiel hinbekommen würde. Einfach so, anhand irgendwelchen Informationen, die geteilt werden. Wenn man überlegt, in der heutigen Generation, die Jugend zum Beispiel heute, die sind ja ganz scharf drauf, eben entsprechend Videos zu teilen, irgendwas zu posten oder sonst irgendwas oder andere Personen des öffentlichen Lebens, von denen existiert genug Videomaterial, Bildmaterial, damit ich das einfach eben so umsetzen kann. Und da bedarf es auch keiner speziellen Vorbereitung, Überarbeitung oder sonst irgendwas. Also ich habe einfach für jetzt dieses Modell von Trump, habe ich einfach ein Video von YouTube irgendeines genommen mit HD-Qualität und entsprechend das genutzt, um das Modell zu trainieren. Vielen Dank. Champion. Ja. Ja, danke für deinen Vortrag. Was mich interessieren würde, wie sieht das aus, wenn es jetzt darum geht, dass, was wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel die Frau Merkel oder der Trump, die haben ja keine Brille, die haben keine Ohrringe, die haben keine Piercings oder sonst irgendwas. Wie sieht es da aus? Funktioniert das auch so gut? Also mit Bart funktioniert es nicht. Das ist auch der Grund, wieso mein Bart jetzt so kurz ist. Weil ich halt, also das Problem ist halt wirklich, wenn ich ja, den Bart im Gesicht habe, wird der Teil nicht richtig erkannt beziehungsweise wird nicht richtig konvertiert. Ja, also da schon, das heißt, ich brauche schon eine Person, die möglichst original aussieht oder möglichst ähnlich ist. Ja, dann kriege ich das auch mit einer Brille zum Beispiel hin, wenn ich sage, ich habe genau das gleiche Modell einer Brille. Ja, oder eins, was wirklich halt hinkommt, was möglichst nah da dran ist. Es hilft natürlich auch, wenn die Person, auf die ich ein Gesicht projizieren will, möglichst nah von den Gesichtszügen und allem ist von der Person, die ich halt eben auf dieses Gesicht legen will. Das auf jeden Fall. Es gibt, ja, das kann ich dann nachher nochmal erzählen, weil es fällt dann eher in diese Erwachsenenfilme rein, aber da gibt es Beispiele davon, das ist auch mit, ja, ja, mit was auch immer, ja. Also, ja, es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ja, ach so, geht das Mikro hier auch? Moment. Ja, das geht auch. Hallo? Kleinen Moment bitte, wir haben hier unten auch noch eine Frage. Von der Art und Weise, wie Deepfakes funktionieren, die Modellierung und der Aufwand, der getrieben wird, denkst du, das wird zu einem normalen Arbeitswerkzeug, dass zum Beispiel dann bestimmte Szenen eben gerade in Hollywood nicht neu gedreht werden, weil man ja den Mundwinkel, die Augen, die Position, das Gesagte einfach ansprechen kann und zweites, ob dann auch zum Beispiel, wenn ich synchronisiere, in einer anderen Sprache, eine andere Mimik habe oder die Sätze sind länger, das dann auch einfach als Werkzeug nutzen werde? Also, ich habe mal gelesen, dass es die Überlegungen gab oder die Möglichkeiten geben könnte, zum Beispiel, dass entsprechend, ja, nicht mehr Schauspieler wirklich in Filmen mitspielen, sondern irgendwelche Doubles und dass dann einfach nur Schauspieler quasi ihr Gesicht lizenzieren. Dass sie sagen, wir nehmen einfach ein Video von mir auf in verschiedenen Positionen und so weiter und so fort und das könnt ihr dann einfach in diesen Film bringen und ja, damit könnte ich dann zum Beispiel eben auch in verschiedenen Sprachen oder halt mit einer anderen Mimik das machen für verschiedene Sprachen und auch, dass die Lippensynchronisation dann passt. Also, ist durchaus denkbar. Ob oder wann das kommt, kann ich nicht genau sagen. Ich meine, Hollywood steckt bestimmt auch eine gewisse Industrie hinter diesen ganzen, ja, Videoschnittsachen und Sonstigem. Muss man gucken. Aber für Heimfilme, um jetzt zu sagen, ich bringe einen Hollywoodstar in meinen Heimfilm oder was auch immer oder Amateurfilm, den ich irgendwann drehe und auf einem Filmfest zeigen will oder so, dann ist das schon eine Technologie, die ich nutzen könnte. Da oben war noch eine Frage. Ah, jetzt hat er. Also, wenn man nach gesundem Menschenverstand argumentieren würde, würde man ja sagen, dass Medien, also, wenn man eine Nachrichtenagentur an ein Video schickt, dann sollte die doch eigentlich auf eine Signatur bei dem Video oder irgendwas in der Art achten. Ist das derzeit nicht so? Also, der erste Punkt ist mit gesundem Menschenverstand. Da sollte man vielleicht nicht von sich auf andere schließen, immer erst mal, dass jeder sowas besitzt oder nutzt. und also, meiner Meinung nach ist meine persönliche Meinung in der heutigen Zeit, ich meine, selbst wenn eine große Medienagentur oder Nachrichtenagentur irgendwas nicht nehmen würde und sagt, nee, das ist nicht authentisch oder sowas, wenn ich irgendeine kleinere Nachrichtenagentur finde, die das als gefundenes Fressen sieht zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass das übernommen wird. und wenn es halt zum Beispiel nicht unbedingt ein Politiker ist, sondern irgendjemand aus der Wirtschaft zum Beispiel, wo ich sage, ich habe einen entsprechenden Geschäftsführer, der eben sagt, unsere Firma ist pleite oder sowas und sage, das schicke ich halt an verschiedene Nachrichtenagenturen, gehe ich von aus, dass da irgendeiner das aufgreifen wird und sich das verbreitet. Also bin ich schon von überzeugt. Bei Politikern könnte es etwas schwieriger werden, aber wir wissen ja alle, wie schnell sich inzwischen Videos verbreiten in sozialen Netzen zum Beispiel und da denke ich mir, da gibt es dann genug, die das zumindest erstmal glauben. Ja? Gibt es da irgendwie eine rechtliche Grundlage? Also mache ich mich irgendwie strafbar, wenn ich die Fakes erstelle oder mache ich mich strafbar, wenn ich sie für echt verkaufe? Ich glaube, das ist noch mehr Neuland als alles andere rechtlich. Ist eine gute Frage, also kann ich jetzt so nicht beantworten, müsste ich auch erstmal nachgucken. Also normalerweise habe ich ja, würde ich mal sagen, nicht die Erlaubnis, Videomaterial zu nutzen erstmal, vor allem für solche Zwecke. nur ich sage mal, welcher Kriminelle interessiert sich dafür, ob irgendwas legal oder illegal ist, wenn es eben für gewisse, ja, Sachen eingesetzt wird, wie Erpressung, die sowieso nicht legal sind. Also, da sehe ich halt, ich sage mal, wenn man sagt, man betrachtet es im Entertainment-Bereich zum Beispiel oder halt das, die lustige oder die positivere Seite, was ich damit machen kann, denke ich mal, da muss natürlich auch rechtlich irgendwie eine Grundlage für geschaffen werden oder muss es irgendwas geben. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie das als Hemmschwelle, dass Kriminelle sagen würden, oh ja, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, weil das interessiert die ja nicht. Ist meine Meinung. Sonst noch Fragen? Gut, dann ist auch der Film zu Ende und der Tag. Weil ich nicht mehr schwarzenятся und der Film zu Ende seien dazu. Zumzufelge können das die